Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Update über AMC. Und ich glaube, ich muss heute mal ein leichtes Motivationsvideo machen. Es geht im Prinzip darum, dass viele mittlerweile sagen, was ist da los, der Kurs fällt immer weiter, er hat einen Trend nach unten und so weiter, was soll ich machen? Ich kann persönlich nur sagen, lehnt euch zurück, entspannt euch, wir werden gewinnen. Hört sich natürlich einfacher an als getan, aber jetzt mal Spaß beiseite. Es gibt keine großen News aktuell, aber es haben sich einige Zahlen verändert und auf die möchte ich gleich eingehen. Aber vorweg einmal, aktuell der Kurs bei 7,27 Euro, 7,28 Euro, ein Minus von 0,84 Prozent. Aber aktuell ist die Börse eben noch geöffnet. Und ihr seht hier sehr schön an meiner Linie, wie sich der Kurs nach unten weiter an der Linie langhängelt, sage ich mal. Aber keine Panik. Und man sieht auch am Handelsvolumen heute, waren viele Verkäufe, aber es war eben kein Panikverkauf. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und es gab jetzt so die Nachricht, dass die Auszählungen, also es werden ja seit dem 11. März, werden ja Auszählungen der Aktien durchgeführt. Und diese könnten bereits nächste Woche veröffentlicht werden. Mitte nächster Woche ungefähr. Genauen Tag kann man natürlich so nicht sagen. Aber das bedeutet im Umkehrschluss, an diesem Tag wird wirklich gesagt, so und so viele Aktien gibt es tatsächlich. Und die Hedgefonds haben enorme Probleme über ihre Naked-Stocks. Das bedeutet, bis dahin müssen sie eigentlich ihre Aktien zurückkaufen. Und meines Erachtens ist die Frage wirklich, wie wollen sie das noch alles tun? Also man muss sich mal vorstellen, was ist das auch für Beträge, die die Hedgefonds mittlerweile in die Hand nehmen müssten, um wirklich die Aktien zurückzukaufen. Und ob das jeder Hedgefonds überleben wird, ist wirklich so, ja, meines Erachtens wird das sehr schwierig. Aber, wie ich ja gestern schon gesagt habe, Hedgefonds sind keine Anfänger, die wissen ganz genau, was sie wie machen könnten. Und es gab einige Kommentare, die gesagt haben, wieso verkalkulieren sich die Hedgefonds so? So würde ich das eigentlich nicht sagen. Es ist eher so, die Hedgefonds haben eben auf einen fallenden Kurs gewettet, haben immer mehr Geld rein investiert. Wir haben dagegen gehalten, nachgekauft und so weiter. Aber irgendwann gibt es halt kein richtiges Aussteigen mehr, weil es einfach zu spät ist. Und das ist bei den Hedgefonds aktuell meines Erachtens natürlich kein Anlage- und Finanzberater und natürlich auch keine Glaskugel habe ich. Aber es gibt halt wirklich keinen richtigen Zeitpunkt mehr, um die Hedgefonds wirklich auf der Gewinnerseite stehen zu lassen. Und um das wirklich zu schaffen, müsste der Kurs wirklich, ich sage mal, auf 3, 4 Euro oder 2 Euro runtergehen, was meines Erachtens ich nicht mehr glaube. Ich hatte ja gestern gesagt, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass diese Woche wir noch die 6,9 Euro irgendwas erreichen können. Also wirklich unter 7 Euro. Und da muss ich sagen, wird es einige geben, die nachkaufen werden. Und über mein gestriges Video, da gab es ja einige Nachrichten bzw. Fotos, dass es Probleme bei Brokern gab, dass es keine verfügbaren Aktien mehr gab. Hier stellte sich ja jetzt anscheinend heraus, das war nur ein technisches Problem. Also andere hatten wirklich keine Probleme, Aktien nachzukaufen. Aber es verbreitet sich natürlich erstmal so die Sorge, ist das jetzt wirklich richtig oder nicht. Und ich möchte einmal wieder auf Stonger Tracker gehen. Das ist eine coole Zusammenfassung von den wichtigsten Daten. Im Dollarkurs aktuell 8,84 Dollar. Und hier sieht man im Prinzip sehr schön, und das ist schon extrem, von 2,4% Zinsen auf 7,6% Zinsen. Also das ist die Gebühr, die sie für die geliehenen Aktien bezahlen müssen. Und hier unten sieht man im Prinzip das geschortete Volumen. Und das ist natürlich wächst und wächst und wächst. Klar fällt es wieder, aber jetzt aktuell steigt es wieder sehr, sehr stark an. Und hier ist im Prinzip die Anzahl der Aktien mal 100, was die Hedgefonds zurückkaufen müssten. Und dann eben entsprechend die Beträge. Also bei 8 Dollar mal 100 müsst ihr das rechnen. Das muss zurückgekauft werden, bei 9 Dollar das und so weiter. Es geht halt wirklich weiter. Und da bin ich wirklich gespannt, wie das hier weitergeht. Ansonsten gibt es bei AMC wirklich keine wirklichen Nachrichten. Der Hype ist immer noch da. Also selbst in meiner Telegram-Gruppe mittlerweile, ich weiß gar nicht, fast 200 Mitglieder. Vielen Dank dafür. Jeden Tag wächst diese auch. Und da wird auch sehr heiß diskutiert darüber. Wie geht es weiter? Was könnte noch alles passieren? Und ja, es ist wirklich sehr, einerseits natürlich sehr lustig, das zu beobachten, dabei zu sein. Hier wirklich sich schon einiges vorstellen. Oh, kaufe ich mir ein neues Auto? Kaufe ich mir das? Oder, oder, oder? Oder investiere ich die Gewinne gleich wieder in andere Aktien? Und, und, und. Also sehr interessant, was alles so, äh, äh, die, die Zuschauer ihr für Gedanken habt. Also freut, würde mich natürlich mega freuen, wenn ihr euch alles kaufen könntet, was ihr wollt. Aber, ich kann nur immer wieder sagen, 1000 Dollar ist so ein, ist so ein, ein, ein Betrag, der bei vielen Leuten im Kopf rumschwirrt. Es gibt sogar in Amerika oder in den USA noch, wie sagen, 4000 oder 10.000 Dollar. Da muss ich persönlich sagen, das sehe ich schon sehr, eher, ist sehr, sehr unrealistisch. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ist natürlich hier auch eine gewisse Psychologie sehr wichtig. Ähm, die muss aufrechterhalten bleiben. Und deswegen natürlich auch dieses Video heute, euch ein bisschen wieder zu motivieren. Leute, macht euch keine Sorgen. Wir werden Gewinne erzielen. Und, jetzt mal ganz ehrlich, selbst wenn es kein Short-Squeeze gibt, wird die Aktie dennoch, ja, nicht extrem steigen. Aber, man hat keinen Totalverlust. Also, das Unternehmen hat viel Geld aktuell, muss natürlich viel Geld Schulden bezahlen und so weiter. Aber für dieses Jahr haben die erstmal keine Probleme. Wenn die Krise halbwegs vorbei ist, die Kinos werden wieder Umsätze machen. Also, dann wird das schon einigermaßen automatisch laufen. Natürlich dann niemals ohne Short-Squeeze auf so einen Betrag wie 1.000 Dollar oder 800 Dollar oder, oder, oder. Aber, denkt immer dran, seid schon mal erfreut darüber, wenn der Kurs zum Beispiel auf 50 Dollar steigt. Das kann ich immer wieder nur sagen. Und, und freut euch über jeden Euro oder Dollar mehr, den ihr mehr verdienen könnt oder gewinnen könnt. Aber, bleibt am Ball, macht eine Limit Order, äh, äh, ähm, setzt euch Stops. Also, das bedeutet, ähm, setzt unterschiedliche Limit Orders, ähm, und wirklich stückelweise, ich sag mal, bei 100 Dollar anfangt. Und dann bis 1.000 Dollar hoch, so hab's ich gemacht. Und, 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 ähm, denn wenn man die 1.000 Dollar nicht erreicht, okay, dann ist es halt so. Dann, dann, dann ist es aber in meinen Augen auch nicht schlimm. Ich find's einfach grandios, dass wir alle hier als Gemeinschaft das miterleben. Und ich glaube, wir können das selbst unseren Kindern oder Enkelkindern erzählen, dass wir in diesem, diesem Bereich dabei waren. Das werden, wird so in dieser Ausmaß vielleicht, ja, weiß ich nicht, will ich auch nicht beurteilen, nicht nochmal geben. Klar, durch diese ganzen, äh, äh, Social Media Gruppen wird bestimmt wieder das ein oder andere Unternehmen wieder in so eine Art und Weise folgen. Aber die Headstrongs werden hier auch natürlich aus Fehlern lernen. Also, seid motiviert, bleibt entspannt, ähm, guckt meine Videos und wir werden hier wirklich mit Erfolg rausgehen. Danke fürs Zusehen, ich hoffe, ihr bleibt dran und wir sehen uns morgen wieder.